Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney Spirit of Justice. Im letzten Part haben wir herausgefunden, was die Mordwaffe ist, nämlich Teig. Komplett blöd immer noch. Möglich, ja, nicht sehr wahrscheinlich, aber möglich, deswegen, ne, kann schon sein. Auf jeden Fall, egal, wir nehmen das jetzt an, die Mordwaffe ist Teig. Und jetzt hat uns dann auf jeden Fall Owen noch ein bisschen mehr erzählt, denn er hat sogar den Täter gesehen, er kann sich aber nicht mehr genau an sein Aussehen erinnern. Er hat nur eine Silhouette vor Augen, auch mit Blut oben. Ähm, und die Emotionen sind hier aber ein bisschen komisch. Er hat sehr viel Angst vor dieser Person, ist auch ein bisschen schockiert, sehe ich ein. Und er hat sich auch gefreut über eine böse Silhouette, die gerade seinen geliebten Meister Shisho umgebracht hat und sogar noch Blut auf der Stirn hat. Darüber sich zu freuen, finde ich ein bisschen komisch. Got it! Despite witnessing the cult with terrible crime first hand, Owen experienced a positive feeling, one of relief. The person the witness saw was no stranger, rather, it was the accused. Therefore, it is only natural that he felt some level of relief when he saw a familiar face. He feds, end this madness and Sali a soul no more. Owen, who did you see? That nice smell, I love the smell of the fruit. Ja, Gairo. Bye bye. It's the smell of... You can do it. Try to remember, Owen. The smell of... Oh! Owen. Oh, Owen. Ja, Bucky sieht nicht so aus, als würde er irgendein Parfüm tragen. Gairo schon. It seems, Owen is now resting in the infirmary with Bucky zusammen. Oh, God. They certainly have their hands full today. Oh, yeah. Oh, God. Oh, God. He is the servant of the Holy Mother, that the child's words were insufficient to clear the accused of suspicion. But what about the scent of perfume, Owen mentioned? I believe it's a clue that will lead us to the true culprit. Hmm, but there are thousands of perfumes in the world. It could even be the scent of the hair product the accused uses. He does have one amazing hairstyle, so that's certainly possible. The witness is a five-year-old boy. He cannot tell the difference between conventional perfumes and hair products. Why couldn't you have gone for a crew cut or something, Bucky? What's more, the only person who can cut sober noodles with such precision is the accused and no other. Oh, man. How am I supposed to argue with that? And so, the person, Owen saw in the scene of the crime can only be the accused, Bucky Vett. Hold it! Oh, God. Is Bucky wieder? The guy who? Or Owen? Or Rando? What the? Oh, nein. Hey, 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 hey! That's so dumb, that he just came out of random. I'm really not a fan of it. I never use hair product tracing. If I was something like that, it's a smell getting sober. Boom, check it. Yeah, yeah, verteilt sober. Uh, Mr. Ratt, aren't you supposed to be resting in the infirmary? Whatever. You'd think I'd love my sober as a drink of perfume? Try and chill sober for yourself and see. Hmm, I believe we have no choice but to try it. Strictly for examination purposes, of course. Now then, let's stick in, shall we? The right guy is so cool. Stop, stop, stop. Stop. Und das geht jetzt als Beweis durch, oder wie? Dass das Soba nach nichts Anderem riecht? Hmm, der war still leidful. Well, I'm satisfied that there are no traces of hair products or perfumes in that wet soba are. Mr. Wetz, sorry. First sweet bean buns and now savory soba. What a delic... Eh, was is that the thing? Delectable trial this has been... Delicatoi, wahrscheinlich. Egal. This texture is different from the soba I had the other day. It reminds me of a dish we have in Korean called Banapun. What's the thing, Miss Shiggy? My soba is pretty good, isn't it? Mmm, mmm, it's delicious. Don't you think so, Simon? It still pays in comparison to his slave father's QC. Simon, why are you always going to be so hard on me? Hey, I am a lump of plain old really oven dough, you know? I'm fresh like my soba. You don't let soba do rash. It's about the three freshers of soba. Grind the seeds fresh, cut the dough fresh, and boil the noodles fr... So, and yet? Good grief, water to fan in here! At least Bucky wasn't the source of the perfume smell. Wait, smelly perfume? Looks like we remembered something. The phrase, smelly perfume, reminded me of a certain somebody. Oh, and who might that be? There's only one person that comes to mind. The phrase, smelly perfume, reminded me of this person. Warum denn smelly eigentlich noch? Naja, die Phrase, ich bin mir gar nicht sicher, ob smelly, ob das negativ behaftet ist, also stark riechendes Parfüm, oder vielleicht sogar ein bisschen stinkend? Ja, eigentlich... Ich schau mal kurz nach, was smelly genau heißen kann. Moment. Obwohl das eh egal ist, weil es ja sowieso Gyro war. Aber ja, es heißt tatsächlich stinkend. Nicht einfach nur stark riechend, sondern tatsächlich übel riechend oder stinkend. Ja. Also ja, Gyro. Wie gesagt, das finde ich so komisch mit Bucky einfach nur und auch echt blöd. Weil da hat jetzt Sat Mahdi wirklich einen guten Punkt genannt, weil Oven ist, wie gesagt, nur ein fünfjähriger Junge und der hat halt irgendetwas gerochen, irgendein Parfüm oder sowas. Aber ja, das hätte auch ein Shampoo oder ein Duschgel oder irgendwas sein können. Irgendwas anderes einfach. Das stimmt schon. Und das hätten wir nicht widerlegen können. Und genau dann kommt Bucky wieder für zwei Minuten rein, macht ein bisschen Blödsinn und widerlegt das wieder. Das ist halt echt so hingezweckt einfach nur, dass Bucky besoffen ist die ganze Zeit und nur dann zwei, dreimal kurz rauskommt, wenn es halt wichtig ist und es nicht anders weitergehen würde. Also das finde ich echt. Das ist zwar lustig natürlich auch, aber so trotzdem hingezweckt und dumm finde ich mit Bucky. Also ihn mag ich da nicht so gerne. Aber ja, egal. Auf jeden Fall. Gairo. Take that. Gairo Tunaido? Hm. Ja, sie sah sehr gut, nicht wahr? Ja, Richter. Just a moment, Defense. Er würde Suspension an Gairo jetzt, weil er das sendet. Seine Ehre. Es gibt keine Möglichkeit, mit diesen immer-möglichen Klaims der Defensive zu gehen. Hm. Ich glaube, dass ihre Klaims sehr unkonsistent sind. Ja, stimmt. Aber Gairo könnte man in einer Krimszene gewesen sein. Ja, aber... Du bekommst diese Balleine von ihr, wenn wir sie zurückkommen zu dem Wettbewerb. Was für Sie nicht? Die Anleitung ist eigentlich so richtig, dass ich auch nicht mit ihren Balloonen lege. Ah ja, da kennst du ihn schlecht. Ehm... Setzen Sie die Sache an ihren Balloonen total? Ich glaube, es ist ganz korrekt, zu fragen Gairo die Angelegenheiten, vorhin die Angelegenheiten. Das hat sowas mit ihren Balloonen natürlichll. Natürlich! Danke für deine Ehre! Pulkunka! Oh, Mann, ey. Jetzt hat sich der Fall ein bisschen sehr zu stark ins Lächerliche gezogen, finde ich. Ich hoffe, dass gleich wieder ein bisschen ernster wird. Danke, dass du den Disciple der Tornado-School von Rakugo zurückkommst. Es ist mich, der Balloonartist, den du alle kennen und liebst. Gairu Tornado! 1, 2, Bluen! Ja. Mhm. What wonderful Balloonartist! Your Honor, please! Now then, what would you like me to make for you this time? Um, actually, I called you back for more testimony. But I'm all talked out. This case has left me completely deflated. What? You didn't find it funny? Anyway, what exactly is going on, Simon? It seems the person who murdered Master Tornado was wearing perfume. And you were the only person I could think of who wears perfume. Wait, you mean I'm a suspect now? Gairu, you knew about Owen, right? Well, yes. I often played with him at Shisho's request. So that means you could have left that fake dying message, right? What? Just because I wear perfume and no Owen? You think I'm a murderer? Oh, how could you? No! The witness is absolutely right. With no evidence but the distorted memories of a small child. It is outrageous of the defense to accuse this woman. That's right. You don't even have any proof. Hm. You may step down from the stand, Gairu. The defense does not have one scrap of evidence that connects you to the crime. Wait just one minute. I may not have proof but Owen's testimony is still… Enough. Please feel free to leave, Gairu. But I'm so close. There must be something I can do. Well, if the prosecutor says it's okay, then I guess I'll be going… Silence. Silence. Hi, Gairu. You're an entertainer, aren't you? Once you go on stage, it's your duty to complete your performance, is it not? So what are you doing, leaving half way through? Ahh! There's a bandage on Gairu's forehead. And since we know that Master Tonidors' killer has a cut on their face somewhere… Impossible. How did you know, Simon? It was a very precise shot. Nein, aber musste ich eine Chance nehmen und sehen für mich. Otherwise, deine Theorie wäre eine grundsätzliche Begegnung. BAM BAM! Ihr Honor, Prosecutor Satmari. Der Schmuck von Perfum und Injury auf dem Kopf. Diese Dinge sind komplett konsistent mit Ovens Testimonie. In kurzem. Der mysteriöse individuell Ovensson in der Dressing Room könnte Gairu sein. Außerdem? Das bedeutet, dass du die Begegnung für den Mörder von Taifu Kunaido? Sato! Deine Begegnung ist wahr. Ich hoffe, dass du bereit bist, um den Preis zu bezahlen. Simon, was ist der Preis? Ach, nur in die Hölle ein bisschen gehen vielleicht. Ich dachte, das sollte dein Preis sein. Ja, Prosecutor Satmari sagt, dass er wieder sehen wird, dass du nie wieder in einer Kalt der Verordnung bist. Und nach dem? Ich muss sagen, dass er wie ein Trial interessant macht. Auf welcher Seite bist du auf, Simon? Geh auf, dann. In die tiefen Empathie. Wir haben wirklich nur eine Wahl. Nicht nur das Ball. Die Defense wishes to formally indict Gairo Tornado for the murder of Typho Tornado. I have tried to be merciful, but now, not even your pleas will reach the holy mother's ears. You will have plenty of time to regret your decision in the pit of hell. Except I won't need to. The person who murdered the victim was not Mr. Vet. It was Gairo Tornado. That bandage is just from a silly slip up I made while cooking yesterday, that's all. What kind of extreme cooking were you doing to cut yourself on the forehead? Well, what can I say, that's what happened. You also don't have an alibi for the period before 4pm, do you, Gairo? But, but, I really didn't know anything was wrong until Shishu was found dead. If you don't believe me, then with a twisty twist twist. Yay! But that's always cool to Gairo, that she just makes new things. And Balloon! There you have it! An adorable little kitty! How could you suspect a cute little Balloon artist like me? Gairo, I've been meaning to say this for a while now, but could it be that you don't have an eye for Balloon art? Don't you think I know that? You didn't have to come out and say it! I'm the daughter of a great Rakugo artist. I never wanted to do stupid Balloon art. I was supposed to be a Rakugo storyteller too, just like my late daddy. But Shishu told me to do Balloon art instead, Sniffle. I guess the victim thought she had no talent as a Rakugo artist either. So you're still gonna suspect a poor little thing like me. But please stop trying to scare the issue. It all comes down to the scent of perfume and the cut on your forehead. You and the guy with an Ovens testimony share these two traits. You're dead sad and accusing me, aren't you? Well, here's what I have for naughty little girls like you with a twisty twist twist! I'm a Katjavich. Go ahead, make me testify on your wants. When the truth reveals. I'll be a Balloon or mine that goes pop. Got it? Oh my, is this your another hidden personality? Simon, is everybody in the tomato school like this? Everyone in Ace Attorney is so. Well, yeah. How should I know? What did I do before the murder? That's the noise. Okay. But then I'll tell you what's here for this part of Let's Play Phoenix Wright, Ace Attorney, Spirit of Justice. Now we'll get to the finale of the fight really near. Now we have probably a few of the guys from Guy Rewoo. We have to find some of the guys from Guy Rewoo. And then we can hopefully show that it was really she. It's not even a part of the fight. I'll tell you what's here. Now we'll be going to see. We can't do any so much evidence. It could be because of the perfume and your wounds on the stomach. But it's not even a part of the evidence. Because as I said, it's for Bucky the same. So we'll show that it's she and not Bucky. I hope that we can see that next time. Well, guys. Bis zum nächsten Mal. Tschau.